hui was hatte ich eigentlich vor mit den leuten sprechen habe ich im inquisitor nix nichts im moment vielleicht später kräftige weihroyo mit josephine inquisitor ich habe sogar gekommen oder was inquisitor inquisitor die drei sie dort lustig Ressourcen, 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 okay. Ein Amulet gemacht. Nur kurz raus, ich kann ja direkt mit den nächsten Diener anfangen. Inquisitor. Dann wollen wir doch mal sehen. Ein Labor. In welches Amulet hatte sie verholfen? In welches Amulet ist es okay. Ja. Okay. Nein, ich habe jetzt nicht geguckt, wie ich hier kürzlich machen wollte, Mensch. Ich habe gar nichts geschafft, ne? Dann machen wir erstmal die Westgrade. Dann machen wir die ganzen Leute hier. Da das eine Quest mit ihr ist, müsste ich natürlich mit die Westgrade. Wo waren die hier nochmal? Das ist gerade. Ich hatte sonst immer... Ich glaube, ich hätte sonst immer kein Center dabei, oder? Ich kenne gleich, wenn ich gucke, ob die gelevelt ist. Ja, ich hatte immer noch ein Blackboard dabei. Ich habe drei Level. Okay, okay. Okay. Das ist ein bisschen des Wilkens. Da. Reisen wir da mal hin? Aha. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja. 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 Ja, ich habe das. Ja. Was ist das gezwert? Okay. Ich meine, der ist oben. Da! Ein abtrünniger Magier! Ah, ich habe vergessen die Kunde. Öfters. Äh, ich sage doch, ich muss erst mal meine Species zu lernen. Es ist traurig, dass es so weit kommen musste. Aber zumindest ist es erledigt. So, wo noch? Im Prix de Lyon. Wo soll das hier sein? Da oben? Okay. Das Gefühl, dass ich da so noch gar nicht so auf die hinkomme. Obwohl, da war ich ja schon mal. Also kommen wir ja da hin. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Denke mal hier durch. Es ist ruhig hier. Das gefällt mir. Hm, freue ich mich sehr früh. Ich sollte mal hin. Ich kann das so runter. Es war es für mich. Ich weiß nicht, ob ich hier bin. Ok, super. Voll kürzlich war. Was ist das? Danke, dass ihr uns hierher gebracht habt. Viel zu einfach. Okay. Geh mal dahin. 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 Was ist das? Das ist einer der Magier, von denen ich gesprochen hatte. Es ist vorbei. Danke, dass ihr uns hierher gebracht habt. Kein Problem, aber ja. Auf zum nächsten. Der Vater Flammen. Es gibt neue Berichte. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Jo, jo. Elfenblutfluss. Was ist das denn für ein Name, für ein Fluss, Alter? Wir scheinen hier irgendwo zu sein. Was ist das? Wir müssen diesen Magier aufhalten. Es ist vorbei. Danke, dass ihr uns hierher gebracht habt. Okay. Dann wohl aus dem letzten. Hinterlande. War ich nicht hier schon? Ich dachte, ich hätte hier schon gemacht. Naja. Vielleicht vergessen zu speichern, das kann sein. Was wird mir denn da angezeigt? Okay. Ein abtrünniger Temper. Es ist vorbei. Danke, dass ihr uns hierher gebracht habt. Was sollen jetzt in diese Richtung sein? Ich habe Dorian gerade dabei, ne? Ne, habe ich nicht. Die Dorian zu lachenden Löwe. Okay. Okay. Dann mal kurz zur Feste zurück. Warte, ich kann ja direkt. Ich gehe erstmal hier hin zurück. Ich kann ja da wechseln. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Dann haben wir die Damm. Den Magier nehmen. Den Magier nehmen wir dann Dorian. Und den gibt mir. So, jetzt ein bisschen Level. Automatisch. Ich kann das schon mal wieder hin. Automatisch. mal sehen ob hier irgendetwas zu finden ist stimmt ja ich werde nicht ohne dich nach tetheran gehen da wird ja sein freund übetreffen oder so was der inquisitor hat den krieg zwischen den magiern und templern weil wir nicht darüber reden eine menge getan gehört ihr zur inquisition seid ihr bei euren reisen womöglich auf einen wieder gestoßen der nun ja ein wenig anders ist laut wulsley ist weggelaufen aber ist etwas ganz besonderes ich wäre euch äußerst dankbar wenn ihr nach ihm suchen könntet was macht euren wieder derart besonders er hat der familie immer glück gebracht und sein rad hat uns dabei geholfen unser vermögen zu machen euer weder hat euch einen rat gegeben er ist ein ganz besonderer bitter euer weder ist verschwunden ja aber ich bin mir sicher er würde sofort wieder zurückkommen wenn er wüsste dass sein jimmy ihn vermisst er ist vermutlich bei der alten sommerhütte unserer familie sie liegt an dem see in den südlichen hügel wenn ihr ihn findet und zu mir zurückschickt würde ich euch mit freuden dafür bezahlen wir unterhalten uns später bitte schickt mein weder zu mir nach hause falls er ihn findet irgendwann nicht da da jetzt bin manchmal was passiert hier ist niemand das verheißt nichts gutes dorian vater diese ganze geschichte über den bediensteten der familie war also nur was ein vorwand man hat es dir also erzählt bitte entschuldigt dass ich euch getäuscht habe inquisitor es war nie meine absicht euch in diese sache mit hinein zu ziehen natürlich nicht magister pavis könnte unmöglich in die himmelsfeste kommen und sich mit dem inquisitor sehen lassen was würden die leute denken was genau ist das hier vater ein hinterhalt eine entführung ein herzliches familientreffen so war es schon immer angesichts der tatsache dass ihr gelogen habt um ihn hierher zu locken hat dorian jedes recht darauf wütend zu sein und dabei kennt ihr noch nicht mal die ganze geschichte aber vielleicht solltet ihr sie erfahren dorian es gibt keinen grund ich bevorzuge die gesellschaft von männern mein vater missbilligt das das müsst ihr mir erklären stotter ich etwa in körperlicher hinsicht in krisito ein bisschen dumm ich hätte es einfach nicht erwartet nun es ist ja nicht so als würde ich mich folgendermaßen vorstellen hallo mein name ist dorian ich mag männer aber vielleicht sollte ich das ab sofort tun ja ich habe manchmal den eindruck als wäre das alles was irgendwen interessiert dieses verhalten ist unangebracht nein es ist angebracht du hast es herausgefordert indem du mich hierher gelockt hast das hier ist nicht das was ich wollte ich war nie was du wolltest vater oder hast du das etwa vergessen dann ist das in tewinter ein großes problem nur wenn man versucht unmöglichen maßstäben gerecht zu werden die familien tewinters heiraten untereinander um den perfekten magier zu destillieren mit perfektem körper und verstand den perfekten anführer das heißt dass jeder vermeintliche makel jede abweichung vom ideal abartig und beschämend ist und so etwas muss verborgen werden ist das etwa alles worum es hier geht mit wem ihr schlaft das ist nicht alles worum es hier geht dorian bitte hör mir doch einfach zu warum damit du noch mehr hübsche lügen verbreiten kannst er lehrte mich blut magie zu hassen der ausweg der schwachen geistes das sind seine worte aber was war das erste was du getan hast als ich dein kostbarer erbe weigerte den rest seines lebens als heuchler zu verbringen du hast versucht mich zu ändern ich wollte nur das beste für dich du wolltest das beste für dich für dein verfluchtes vermächtnis dafür würdest du alles tun ich hoffe wir sind hier jetzt fertig sind wir eigentlich bin ich ja böse mit ihm ich war relativ war eigentlich zu nett mein charakter gerade eigentlich hätte ich ein bisschen böser sein müssen mein vater ist ein guter mann tief in seinem inneren er hat mich gelehrt wie wichtig die sind er sorgt sich um mich auf seine weise aber er wird sich niemals ändern ich kann ihm nicht verzeihen was er getan hat und ich werde es ihm nicht verzeihen geht es euch gut nein nicht wirklich ich bin euch dankbar dass ihr mich dorthin gebracht habt auch wenn es nicht sonderlich gut gelaufen ist einmal bauer was müsst ihr nur von mir denken nach so einer vorstellung ich denke ihr habt problem da seid ihr nicht der erste der das sagt das überrascht mich nicht verständlich aber zum glück habt ihr genügend eigene probleme bei deren bewältigung ich euch mit freuden zur seite stehe wie auch immer es wird zeit dass ich mich bis zur besinnungslosigkeit betränke das ist heute genau der richtige tag dafür leistet mir doch irgendwann mal gesellschaft wenn euch der sinn danach steht was denkt ihr eigentlich was ihr hier macht ganz offensichtlich höre ich mir das gegacke einer henner an versucht nicht den narren zu spielen junger mann ich versichere euch wenn ich den narren spielen wollte wäre ich weitaus überzeugender eure spitze zunge wird euch nochmal in schwierigkeiten bringen ihr werdet überrascht wohin mich meine zunge schon überall gebracht hat hochwürden jetzt hört aber auf jemand was ist denn jetzt dein problem mädchen nur nicht sondern nur b werden und ihr ihr und Vielen Dank.